hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu einer weiteren kanalvorstellung hier heute der kanal odix ja ich freue mich riesig drauf und da würde ich sagen gehen wir gleich alles durch hier dann fangen wir doch mal an mit der kanalinfo dann schauen wir mal was uns hier wartet da haben wir 527 abonnenten 31 283 aufrufe beitritt am 25 10 2013 beschreibung call of duty black ops 3 mafia 3 gameplays commentaries let's plays und mehr du hast es also geschafft auf meinen kanal die info sektion zu finden das ist schon mal mehr als die meisten erreichen was erwartet hier nun hauptsächlich let's plays nur vlogs wird es hier in absehbarer zeit nicht geben möglicherweise ändert sich das meine eigene art zu kommentieren eher gechillt manchmal auch nicht meine eigenen witze über die ich selbst lache was bedeutet dieses maus fanatics was du oft sagst odix fragezeichen supi mein pseudonym weißt also schon ja mfz oder auch maus fanatics ist die gaming community dessen inhaber und admin ich war früher ein clan heute eine erinnerung okay was spielst du falls ein schaut euch in den playlisten um da ich berufstätig bin lad ich spätestens jeden dritten tag etwas hoch ich wünsche dir viel spaß beim anschauen oder schauen und kommentieren dich grüßt odix odix ausgesprochen jeder der pokémon spielte kennt auch onyx und das ist odix so email haben wir hier land natürlich deutschland haben wir facebook mein sponsor kinguin ch ok google plus upload plan und mein sponsor magix oder magix wie man sagen möchte gut dann würde ich sagen fangen wir jetzt auf der übersicht seite an dann gehen wir alles durch hier guck mal gleich rein da haben wir ganz oben haben wir beliebte videos ihr seht schon hier vor einem jahr 4000 3900 3300 vor zehn monaten vor drei monaten 1200 900 von neun monaten super das sind echt geile zahlen die wünsche ich auch dann community partner kanäle habe hat auch hier drin finde ich immer sehr schön wenn man seine freunde oder partner oder mit zocker kollegen andere youtuber die man gut kennt hier mit verlinkt finde ich immer ganz cool habe ich auch sage mal gegenseitig unterstützen ist immer eine gute sache dann aktuell wird derzeit gedaddelt dann sieht man schon hier aber darauf gehen wir gleich genau ein wenn ich über die playlisten gehe aber da könnt ihr natürlich direkt gucken hey geht auf die übersicht seite alles klar aktuell ist zockt er hier zack 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 und dann könnt ihr gleich mit rein sehr sehr schön auch die thumbnails aber da komme ich auch gleich bei video ja bei videos genauer gehe ich darauf ein dann haben wir hier also hatten wir hier oben aktuell dann haben wir hier action shooter adventures ihr könnt euch dann gucken oh alles klar action shooter adventures dann direkten horror abteilung was ich dann auf jeden fall gute sache hier geht es rund bei action immer rumballern aber multiplayer zusammen zocken ab und an auch rocken sehr geil specials tests und mehr schön und odx info videos und umfragen und da haben wir noch was zu gast auf anderen kanälen mit der herde datteln ok auch nicht schlecht auch schön gemacht hier sind dann noch mal andere kanäle mit drin hier unten sieht man schon andere kanal namen coole sache geht auf jeden fall hier noch ein bisschen rüber schick ja was kann ich noch sagen hier schönes bild hier oben avatar und hier odx drauf richtig cool gefällt mir maus controller alles dabei dann gehen wir mal auf die geile playliste ich gucke nachher gucken wir dann nach wenn wir das gesehen haben schauen wir dann einen trailer am anfang ich glaube der sah ganz interessant aus und was haben wir denn hier vor 20 stunden vor eine woche vor zwei wochen vor zwei wochen guck mal hier also vor zwei wochen hat er ordentlich hochgeladen vor zwei wochen vor zwei wochen vor drei wochen vor drei wochen vier wochen ein monat das heißt also es kommt auf jeden fall ordentlich videos und ihr seht ihr schon vor 20 stunden kam das letzte ich finde das auch schön hier müsste ja ein stein box eigentlich war von aus von den thumbnails hier sehr sehr cool gemacht so eingeblendet und dann hier drin die figur oben deadpool mal was anderes auf jeden fall finde ich das sehr stylistisch ist auf jeden fall eine coole sache auch die augen hier finde ich von dem von dem tierchen sag ich mal sieht schon geil aus gehen wir mal ein bisschen runter gucken uns das mal an hier neues intro ihr seht schon ihr habt ihr ordentlich und reichlich videos zum angucken auch gute games far cry primal firewatch overwatch oh overwatch sehr sehr schön spiel ja outlast auch ein sehr geiles spiel sehr gruselig call of duty also ihr seht schon richtig gute games hier auch am start lohnt sich auf jeden fall mehr rein zu gucken dann würde ich doch jetzt mal glatt sagen dass ich jetzt mal hier ja 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 ganz ruhig machen wir mal groß und dann schauen wir mal die qualität da haben wir 1080 und 60 fps haue ich doch mal direkt hier rein ich mache aber von anfang dann können wir gleich lassen wir ganz kurz ein bisschen laden damit ihr auch die volle stimmung genießen könnt dann würde ich sagen schauen wir doch einfach mal hier rein äh da oben guide und vorstellen gameplay german deutsch aha ok dann würde ich sagen und los ja moin moin meine diggers und diggerinas und willkommen zu diesem kleinen guide beziehungsweise einer kleinen vorstellung von den beiden neuen operatoren aus rainbow six caviera hat die ziemlich geile eigenschaft per tastendruck fast lautlos zu laufen und sich für ein paar sekunden schneller bewegen zu können ausgerüstert mit einer kleinen schallgedämpften pistole ist liegt man sich so an seine opfer heran also eine schnelle spiel hat es zu empfehlen denn so nutzt man ihr gesamtes potenzial aus also mit ihrer gering panzerung aber vollen punkten in laufgeschwindigkeit wird das noch attraktiver meine meine nach man kann sich natürlich auch in ecken verstecken und warten bis der gegner kommt und schlägt dann zu ganz nach situationen und eigenem messen das ist natürlich klar aber diese fähigkeit ist noch nicht alles denn das beste an ihr ist sobald man einen gegner zu boden geschossen hat und er ihm nicht getötet wurde kann man mit dem verletzten interagieren ihm infos rauskitzeln und dann sieht man für wenige sekunden die exakte position der gegner also persönlich nehme ich die gerne nehme ich gerne die schrotflinte dafür denn zwei schuss auf die beine und der gegner liegt sabbat am boot ne und in diesem sinne würde ich sagen wer weiter gucken möchte wer sabban am boden liegt sollte hier unbedingt rein schalten also mir gefällt sehr gut der klang ist astrein und videoformat alles wieder aufgebaut das gefällt mir sehr gut und ist auch mal was anderes finde ich ganz gut erklärt und auch so sind die ganzen videos ja die sind also wirklich sehr gut also kann ich nur empfehlen mal reinzuschauen ich habe auch öfter schon videos geguckt hier also kann ich ja mal empfehlen ja so jetzt schauen wir mal eigene playlist jetzt gehen wir mal auf die playlisten direkt hier rüber hier seht ihr nochmal das ist vorne auf der startseite drauf ne das habe ich ja vorhin schon erzählt jetzt gehen wir mal 13 weitere elemente anzeigen und dann schauen wir doch mal alles schnell durch hier da haben wir total war warhammer deadpool firewatch quatschrunden zu gast auf anderen kanälen odix wird vorgestellt far cry primal odix infovideos und umfragen live stream sneaky sneaky rainbow six rainbow six rocket league call of duty outlast rocket league rocket league grand theft auto layers of fear fun cloud bioshock grand theft auto 5 technik ecke und let's show let's test let's test specials mein gott ich habe mal wieder zungenbrecher drin hier kanäle community genau das hatten wir schon community partner da ja vorher noch schon drin dann abos und community kanäle schön gemacht gefällt mir diskussion was haben wir hier auf jeden fall auch hier war es ordentlich was los ist immer gut und ihr seht schon hier wird auch immer fleißig geantwortet also finde ich auch immer sehr wichtig dass wenn man jemanden schreibt oder so wenn dann der youtube auch natürlich zurückschreibt die frage beantwortet ist immer ganz gut und finde ich auch sehr geil machte auch wichtig und playlist habt ihr gesehen habt ihr ordentlich videos zu gucken ja da sind wir eigentlich schon durch hier ich habe eigentlich alles gesagt auf jeden fall kenne ich den kanal auch den player und ihr solltet auf jeden fall hier reinschauen ich werde natürlich den link zu seinem kanal und in die video beschreibung packen und ich kann es euch nur sagen unterstützt ihnen gibt den abos schaut rein schaut euch die videos an auch gerade für die zocker und action reihe hier cs und call of duty und was er alles so gezaubert hat lohnt es sich auf jeden fall hier rein zu schauen ich bedanke mich fürs angucken